Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Ja, im letzten Part, da sind wir hier in die Feuerkraft gegangen und ja, haben schon einiges interessantes gesehen und ja. Jetzt haben wir gerade ein Löwenherz gefunden, eine Phönixfeder, sehr schön, das können wir gut gebrauchen. Und da ist auch schon die Treppe wieder. Jetzt haben wir jetzt schon den vierten Untergeschoss. Ich gehe mal nach oben. Und natürlich kommt jetzt erstmal eine Horde Schwarzgoblins, die wir bekämpfen müssen. Am besten mit Eisra, weil hier so kalt ist, deswegen, äh, so warm. Und wir, die abkühlen müssen, deswegen. Hier ist es so warm, ich schwitze schon. Das ist so schlimm. Das ist so grauenvoll. So. Okay. Bäm, 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 schaden, 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 bäm. Bäm, bäm, bäm. So, wo kommen wir da denn jetzt an? An ein Catplepus. Catplepus. Oder wie der heißt. So. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Von dem her. Ha! Kaputt. So. Okay. Hier war nur ein Kreisweg. Das ist eine Truhe mit einem Riesentropfen. Das ist wieder der Fehler. Jetzt können wir mal unten entlang. Das ist wieder eine Truhe. Ja. Und vier Schwarzkoblin. Sehr schön. Die machen wir auch gleich platt. Ach ja. So. Kaputt ist er. Und der nächste. Komm. Yeah. Und der nächste. Yeah. Kaputt. Okay. So. Dann gehen wir mal nach oben. Und zwar hier entlang. Und hier wieder runter. Hier haben wir doch angefangen, glaube ich. Ja. Das kann sein. So. Okay. Die HP sind bisher noch ganz okay. Ich muss noch nicht heilen. Aber das kann ja sich bald ändern. Ja. Sogar sehr bald. Aber da ist ja endlich die Treppe. Und scheint wieder sowas. Also in den anderen waren nicht so viele elementspezifische Dinger. Oh. Geil. Umsonst gelaufen. So. Da ist eine Türe. Oh. Hi. Geil. 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 Das ist aber sehr freundlich, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, um mir hier unten Gesellschaft zu leisten. Wenn wir kommen da auch nicht mehr raus. Was ist denn das für ein ekliges Vieh? Ich hätte mich vorher heilen sollen. Fällt mir gerade auf. Okay. Dann machen wir es einfach so. Okay. Angriff. Angriff. Äh. Ich nehme mal Aiska, weil... Ja. Neh mich einfach mal, weil... Ja. Fast. Oh yeah. Vikr. Tschi. Perfekt. Und Aiska, mal sehen, wie viel das ausmacht. Vielleicht müssen wir auch Folge einsetzen. Wer weiß. Okay. Okay. Äh. Ich probiere dann mal was anderes. Auf jeden Fall. Jetzt noch mal Vikr gegen den hier. Ah. No. Angriff, Angriff und wir nutzen mal Volga jetzt dagegen. Das sieht so blau aus, deswegen. Und wir machen so viel Schaden. Was ist da los? Ah. Egal. Erstmal machen wir den jetzt hier put. Ja, okay, das macht schon ein bisschen mehr aus. Mann, der kann sich heilen! Komm, ich setze jetzt auch wie gerade gegen Chris ein. Angriff. Angriff. Und wir können mal Blitzker verwenden. Nur mal zum ausprobieren, wie viel der es eigentlich ausmacht. Scheint aber so, dass er generell nicht so, äh, ja, dass er generell gegen Magie nicht so empfindlich ist. So, Chris ist geheilt. Sehr schön. Okay, in der Fazke. Okay, okay, wir nutzen auf jeden Fall Blitzker. Das würde ich empfehlen. So, jetzt nochmal Vigra gegen mich selbst. Quasi. So. Und nochmal Blitzker. Und nochmal Blitzker. Das hat am meisten ausgemacht. Das fand ich ganz schön eigentlich. So. Und Blitzker. Bam. So dürfte das eigentlich funktionieren, ja. So dürfte das ganz gut hinhauen. Denke ich. Okay. Jetzt mach ich nur mal aus, aus, äh, weil ich sonst nichts zu tun habe. Botterer. Wir greifen an, greifen an und machen mit Blitzker wieder. So. Die MP reichen ja noch vollkommen aus. Von daher. So. Blitzker. Sehr schön. Kann man nicht irgendwie die Zauber... Oh, da ist er schon besiegt. Sehr schön. Hat's also doch was gebracht, dass wir so viel Schaden gemacht haben. Ha. Okay, sehr schön. Perfekt. Super, Leute. Das habt ihr klasse gemacht. Eine geheimnisvolle Kraft hätte die Tür verschlossen. Willst du mich verarschen? So. Wo kommen wir da jetzt an? Ah. Da ist eine Treppe. Da können wir wahrscheinlich... Ja. Da kommen wir runter. Ich bin vergiftet? What? Nö. Dann ist es der Boden. Hier stimmt. Hier tut's mir nicht weh. Aber hier schon. Okay, dann ist es der Boden. Silberdrache. Hallo. Wir machen dich mal platt, ne? Wenn's dir nix ausmacht. So. Tut mir leid, aber muss halt sein, ne? Oh, da ist eine Truhe. Laut sein gefunden. Okay. Das ist ein seltsamer Ort. Irgendwie sowas hab ich ja noch nie gesehen. Höllentöle. Höllentöle, lol. Okay. Sehr schön. So. Ey, geht weg. Na toll. Und wieder ein Silberdrache. Aber wir sind diesmal im Angriffsvorteil. So. Kaputt. Perfekt. Okay. So, wo sind wir da? Schwarzkoblin. Okay. Ah, okay. Gut. Warum auch nicht? So, bitteschön. Und du machst jetzt auch mal den hier noch platt, dann können wir endlich weiter. Okay, weiter geht's. Ah, da ist eine Tür. Ich will zu der Tür. Jetzt gehen wir halt nicht in den Weg. So. Kraftdrunk und Hufeisen gefunden. Ah, ein Hufeisen, der bringt uns Glück. Und passt auf, wenn keine schwarze Katze über den Weg läuft, so wie die hier. Das sind keine Katzen, aber die haben Ketten im Namen. Mhm. Und die sind schwarz. Deswegen ganz vorsichtig sein mit diesen Viechern. Und ich muss mir mal die Decke anziehen, solange die hier am Kämpfen sind, denn ich friere ein wenig. So. Decke drüber gezogen. So. Ich hab hier an meinem Sessel, ich hab einen Sessel hier am Schreibtisch. Und auf dem Sessel hab ich immer meine schöne schwarze Kuscheldecke liegen. Ah. So angenehm. Vor allem, wenn's jetzt wieder kälter wird, dann, ja. Kann ich abends schön mit meiner kuscheligen, weichen, schwarzen Kuscheldecke hier liegen, mich zudecken und Videos schauen. So ganz gemütlich. Ach, schön. Da freu ich mich immer. Und dann am besten noch eine warme Tasse Tee oder so dazu trinken. Oder einen warmen Kaba oder sowas. Ach. Das so lässt sich's leben. Ja. Vor allem jetzt, wenn ich dann immer arbeiten bin, dann werde ich das danach, denke ich, auch mal so machen. Da freu ich mich schon drauf. Ach. Dann nach dem Feierabend so mit einer schönen, warmen Tasse da in meinem Sessel zu sitzen und sich einfach nur zu denken, ha, schön. Feierabend, ha. Perfekt. So. Kann ich jetzt mal weiter? Aber jetzt kommen wieder die ganzen Cat-Lebos hier. Ich sollte mal vielleicht, äh, Blitzker verwenden. Ja, Blitzker. Gute Idee. Mhm. Oh, der macht einen alleine Plot. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ne? Egal, passt schon. So, mit Blitzker dürfte ich das hinhauen. Oh. Macht ja nicht mal. Also. Denny steigt ein Level auf. Level 64. Yeah. So, okay. Hier ist eine Schackgasse. Super. Wieder ein Silberdrache. So. Und teilen muss ich noch lang nicht. Boah, ich hab hier noch echt ne Menge Leben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ach ja, was denn jetzt schon wieder? Hier, ihr schon wieder. Na toll. So, der erste ist Blatt. Und jetzt der zweite bitte auch noch. Danke. Sehr schön. So läuft das. Plötzlich steigt ein Level auf. Über 64. Yeah. Hab ich doch gerade das nachgesehen. Nicht Intelligenz-Bistie. Na, egal. Eine Höllentöle mal wieder. So, die ist auch besiegt. Tschüss. Irgendwie sind die Kämpfe ein Witz. Aber nur irgendwie. Uh, da ist so ein großer Boden. Aber das sagt nichts. Zack, also. Oh, hi. Da solltet ihr vielleicht Eisgarn verwenden. Die sind ein bisschen... Die machen ein bisschen Angst. Weil die so groß sind. Aber okay, die sind recht schwach. Ah, die machen nicht mal im Chris, äh... Viel Schaden. Nicht mal über zwei. Hahaha. Die schaffen es nicht mal mehr als einen auszumachen. Die armen Viecher. So, okay. In Zukunft soll ich verdienen. Vielleicht nicht mehr so viel Angst haben. Und... Ah, die... Die Bläder war die Nerven. Die sind immer voll im Weg. Okay. Angriff. Und Angriff. So. Mal hier wieder ein bisschen koordinieren. Ausweichen, bitte. Danke. Sehr schön. Der erste ist platt. Oh. Der ist natürlich anfällig dafür. Oder auch nicht. Sehr gut. Besser so. Wart. Die haben nur 200 Leben. Okay. Gut zu wissen. Hätte ich nicht gedacht. So, wo ist jetzt die Treppe? Hat die in der einen Tür, oder was? Aber da war ich doch drin, dachte ich. Äh, ich hab keine Ahnung. Das Gebiet ist so verwirrend. Ich bin so confused. Ja. Äh, so. Hallo. Hellentölen mal wieder. Aber die kriegt man auch platt. Ah, sehr schön. Wie immer. Die machen wir mit einem Schlagplatt. Sogar Denise macht die mit einem Schlagplatt. Und das muss... Was heißt ja, die ist nämlich schwach. Zumindest, was die Stärke betrifft. So. Wieder ein Silbertrache. Ich hab keine Ahnung, wo ich noch nicht war. Ich hab keine Ahnung, wo die Treppe ist. Aber hier muss irgendwo eine Treppe sein. Hier kann keine Treppe sein. Hier kann nicht keine Treppe sein. So. Nö, da ist eine Sackgasse. Ein Hinterhalt. Willst du mich verarschen? Alleine gegen uns vier. Du bist doch dumm. Du bist selbstmordgefährdet. Weißt du das? Hm? Das grenzt schon an Selbstmord, wenn man sich alleine gegen eine Truppe Krieger des Lichts, äh, ja, hinschweißt oder quasi antreten möchte. So. Ja. Ein Silbertrache wieder. Das grenzt wirklich an Selbstmord. Ist so. Weil ich mein, man stirbt so oder so. Ist ja klar. Von daher. Also, wenn ihr sterben wollt, bestes Mittel. Kämpft gegen die Krieger des Lichts. Hm. Ein dunkler Elementar. Oh mein Gott, sind die Themen heute toll. Ja, unglaublich. Unglaublich toll. Aber besser als, äh, andere Themen, die ich heute Morgen lesen durfte. Hm. Ich hab mich sehr gefreut. Nicht. Mir wurde schlecht. Ehrlich. Mir wurde schlecht. Einfach, weil es eklig war. Und dann wird mir noch unterstellt. Ja, ich würde mich nur aufregen, weil ich das nicht hätte. Aber ist ja gut. Und ja, wie man meint, ne? Ha. Ich will nicht, äh, benennen, was es ist. Es ist nur so, dass dann gesagt wurde, ja, die Jammer ist ja auch noch drüber, weil. Klar. So. Dann machen wir trotzdem mal Eis, gar. Weil. Weil, weil, weil. Menge und so. Hm. Weil so viele. Hallo? Tsching. Kabumm. Kaputt. Kevin steckt ein Level auf. Oh mein Gott, yeah. So, jetzt müssen wir die Treppe finden. Treppchen? Wo bist du denn? Ich suche das Treppchen, aber ich find's nicht. Komisch. Komisch. Kriegsteck, der Level auf. 65. Bam. Hm. Ein Schwarzgoblin. Oh, können die Gegner mal aufhören, immer zu kommen? Ich komme gar nicht dazu, mich gescheit umzugucken. Was ist hier nicht die Treppe? Muss ich vielleicht mit denen hier sprechen? Ihhh, ihhh. Muss ich hier irgendwas lösen, oder wie? Ein Rätsel vielleicht? Nö? Hä? Handbein mal wieder. Was ist ein Handbein, bitte? Das klingt gruselig. Der Boden sieht hier so komisch aus. Und dann geht's ja weiter. Na toll. Das hab ich gar nicht gesehen. Ah, wenn jetzt hier die Treppe ist, ne? Dann erzähl ich euch was. Warum sagt ihr mir nicht, dass es da weiter geht? Mensch, warum verschweigt ihr mir sowas? Das kann ja nicht sein. Jaja. Das kann's ja auch nicht sein. So, weg ist das Viech. Sehr schön. Ah, geht auch weg. So. Oh mein Gott. Ein Schwarzköbelin. Ich find ja den Hintergrund in den Kämpfen echt immer irgendwie schön. Also. Da ist die Treppe, Mann. Ah, du hellen Töne, Mann. Geh weg. Geh's bloß weg. Los. Geh sterben. Okay, dankeschön. Oh mein Gott, endlich. Viel Leben hab ich denn verloren. Nicht so viel. Okay. Dann rasen wir hier mal runter. In diese Tür. Oh, da tut einem nix weh. Das erinnert mich an, an, an das Luftschloss. Irgendwie ein bisschen so. Das war ja auch, das war ja auch so. Nur, dass das halt ohne Lava war. Mhm. Aber da war es ja auch so aufgebaut. Und auch im Vulkan, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. So lange her. Da ist nichts cool. Doch, das, das, das kenn ich irgendwoher. Irgendwoher kenn ich das. Solche verworrenen Gänge. Diese Hitze. Der Nebel. Welcher Nebel? Keine Ahnung. Der Nebel einfach. So. So, schauen wir mal. Ob hier irgendwo was erscheckt ist. Zwei Schwarz Goblins zum Beispiel. Die machen wir dann mal platt. So. Sehr schön. Die Truhe wird bewacht von fünf Schwarz Goblins. Die alle jetzt mit Eisrapplatt gehen. So. Die müssen wir nämlich abkühlen. So schaut sie mal aus. Ja. Naja. So ist es halt. Das Leben, ne? So ist es halt. Jaja. So ist das. Okay. Elfenstopp gefunden. Und wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Tschüss.